Und wo fahren wir jetzt hin? Wie im fertigen TV-Spot dreht sich auch bei der Produktion buchstäblich alles um Ruth Drechsel. Alter, wir haben heute noch viel vor. Wir haben schon das Kicket. Dutzende Filmleute sind an dem Dreh beteiligt. Die Arbeit beginnt frühmorgens in der Kulisse des ÖBB-Bahnhofes Innsbruck. Der Wiener Regisseur Thomas Joop hält die Fäden in der Hand. Für den ÖBB-Spot stellt sich ihm die Aufgabe, Ruth Drechsel in verschiedenen Charakteren gleich mehrfach auf dem Weg zum Zug zu zeigen. Der junge Filmemacher hat sich schon in zahlreichen Musikvideoproduktionen bewährt. Von Xavier Naidoo bis Sabrina Zettlur. Die Arbeit mit der erfahrenen Volksschauspielerin Ruth Drechsel war für den Wiener eine Ehre. Zählt die Darstellerin doch zu Deutschlands beliebtesten Filmcharakteren. Trotzdem, die Aufgabe, Ruth Drechsel gleich zigfach im Werbespot zu zeigen, ist gar nicht so einfach zu lösen. Jeder Charakter wird einzeln gedreht und jede Filmebene muss zur anderen passen. Auch die Dialoge im Bild mit mehreren Ruth Drechsels müssen punktgenau geplant werden. Da jede Ruth Drechsel, während sie gedreht wird, natürlich ihr alter Ego nicht sehen kann, muss das alles in der Vorstellung ablaufen, was die Sache absolut verkompliziert. Die Dreharbeiten gleichen einem wahren Gehirn-Jogging. Wenn nur eine Szene falsch abgelichtet ist, ist der spätere Schnitt zum fertigen Werbespot nicht möglich. Aber wie im Ergebnis zu sehen ist, hat ja alles gut funktioniert. Wart ihr früher aufgestanden, dann hättest du das Zug nicht verpasst. Hahaha! Hahaha! Untertitelung des ZDF, 2020